Willkommen liebe Leute, hier ist der Exilis von 9x mit einem kurzen Streaming-Übersicht, was die nächste Woche betrifft. Heute ist Montag, ähm, morgen, Dienstag, gibt es einen Livestream abends mit Nino Kuni. Ähm, Nino Kuni, neues Livestream-Projekt, jetzt wo Walking Dead vorbei ist, ähm, wird morgen starten. Lasst mich überlegen, wann wahrscheinlich gegen 19 Uhr. Ähm, weiter geht's direkt am Mittwoch, World of Warcraft Reset Day, also Mittwoch. Wahrscheinlich so ab vormittags, wann genau, ist nicht ganz klar, wahrscheinlich 11 Uhr oder so. Ähm, World of Warcraft bis abends, abends dann wahrscheinlich wieder Nino Kuni, wann genau, ist nicht ganz klar. Donnerstag, äh, so ziemlich das gleiche. Joa, ebenfalls wieder Nino Kuni, Vampire is Dawn, World of Warcraft, whatever. Ähm, und Freitag wird es dann noch einen angekündigten Stream geben, also den ich hiermit ankündige sozusagen, also ein, in Anführungsstrichen, regulärer Stream, äh, ohne World of Warcraft, auch wieder mit Nino Kuni, Vampire is Dawn und was die Leute so wollen, Dragmania und hab da nicht gesehen und mal gucken, was uns alles so einfällt. Ähm, Start am Freitag wird um 18 Uhr sein. Ja, 18 Uhr. Freitag 18 Uhr. Ähm, ansonsten die anderen Streams, wie gesagt, Mittwoch schon ab vormittags, donnerstags, keine Ahnung, ab da, wann ich aufstehe. Also, wer auf dem Laufenden bleiben will, ähm, ja, einfach, äh, wie gesagt, entweder ein Follow bei Hitbox dalassen, bei einer Facebook-Seite folgen, wo ich immer sage, wenn der Stream on ist, oder einfach im IRC-Channel sein, der auch unter diesem Video hier verlinkt ist, wie unter jeden anderen Videos, weil da steht immer, ob der Stream live ist oder nicht. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer Hedi.